Warum ist denn das? Wir müssen grundsätzlich im Prinzip fragen. Natürlich haben viele Jugendliche und auch Maturanten die letzten zwei Jahre, das war natürlich nicht leicht, weil sie sehr eingeschränkt waren, grundsätzlich in der Bewegungsfreiheit und so weiter. Aber den jungen Menschen sagt man zumindest immer nach, die haben alle Möglichkeiten heutzutage. Warum fällt es dann so schwierig, die richtige Berufs- oder Studienwahl für viele junge Menschen zu treffen? Ich würde sagen, genau deshalb, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Das kann man sich ganz einfach vor Augen führen, wenn man bei einer Eisdiele isst. Wenn es eine Sorte gibt, dann ist man oft unzufrieden mit der, die es gibt. Wenn es zehn Sorten gibt, dann ist es nett auszuwählen, aber wenn es 100 Sorten geben würde, dann wird es irgendwann plötzlich schwierig. Was empfehlen Sie jungen Menschen? Worauf sollten Sie achten, wenn Sie am Beruf wählen wollen oder ein Studium beginnen wollen? Was sind so für Sie die Eckpunkte oder Empfehlungen für junge Menschen? Also ich würde sagen, die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist, was brauche ich eigentlich, um glücklich zu sein? Oder wie schaut ein gutes Leben für mich aus? Wie möchte ich später mal leben und arbeiten? Also wirklich sich so selbst zu hinterfragen und da schauen, was gibt mir Energie, was kostet mich Energie? Weil letztlich geht es bei einer Beruf- und Studienwahl darum, zwei Dinge in Einklang zu bringen. Das ist zum einen die Person, also der Mensch, um den es geht, der bestimmte Bedürfnisse hat, der Stärken hat, der Interessen hat. Und dann auf der zweiten Seite geht es darum, einen Beruf zu finden, der dann dazu passt. Und Beruf ist nicht zu verstehen als ein Beruf, den man dann das Leben lang macht, sondern da geht es mehr darum, so eine berufliche Richtung oder ein Arbeitsfeld oder ein Tätigkeitsfeld. Und dann geht es darum, wenn man das Leben lang macht, und dann geht es darum, wenn man das Leben lang macht,